Na helle nirgme Scheiss für alle war er jörda Ja hitte klöden, so man war da, war er lörda So mange damer, Reiro, Dricklo, stopp und mei So er lehne mehr tilbake Ah ja, eine ganz wichtige Änderung, das wollte ich letztes Mal nicht zeigen Es gibt jetzt bei den Chinesen Jagdpanzer Und da spielen wir sie Wir spielen jetzt mit dem Nachbarn von dem Flug Stuart Eine Runde und dann gucken wir mal, wie weit ich komme Vielleicht kriegen wir eigentlich mal einen Sieg her Ja, das Wochenende ist der letzte Tag heute, heute ist Freitag Ich glaube, dass er auch am Freitag kommt Ja, bestimmt, ja, bestimmt Ja 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 Wieso! Ja, ja 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 bei ner Aufnahme fest mal so viel Akku so durchschlafen so, ich bin, glaub ich ne Leichter, und so ja, ich bin Leichter, und so der 50 km HV und gefühlt nichts kann Schuhe hier 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 Tiesk, wir haben noch kein Rode der Anlage nicht aufschlagen Das ist nur um 30 Schein. War hier ne geringe Einser? Holen wir jetzt? Sie können jeden Moment reißen. Das ist ja so. Da haben wir es halt schon das erste Mal verkackt. An der Stelle jetzt weiter, ich habe jetzt gerade einmal ganz kurz beendet. Und schnell das hier ran. Ihr kennt ja bestimmt nur die meisten das Spiel. Das ist einfach nur die weitere Version von Supercell. Ja, ich spiele mit dem Ochse hier. Runder. Weil, ist ja nicht so gut gelaufen bis jetzt World of Tanks, ich verliere jede Runde. Ja. Ich dachte, wir kriegen Lust mehr zu restaurieren. Ich spiele jetzt die Scheiße. Deswegen ist etwas hinzukriege hier. Ja, in Showdowns, also in Showdowns, geht es darum, Sachen, diese Dinge zu erstellen. Das ist halt mehr Leben, mehr Schaden. Aber ich weiß gar nicht. Ich will jetzt noch ein paar Gegner. Mal wieder. bis jetzt erstmal. Und auch abstaunen. Ich will jetzt mal nicht. Ich bin einfach eingeschossen und mich checked und hab ich reingeschossen. Ja und das ist halt so ungefähr das Spiel ist. Du rennst halt die Meister der Rinder im Terrasus Gegner. Ja und bei dem ist halt so ein Schroffinter. Und du kommst in so einer Schaden. Ja, das war die Ult von ihm. War sie. Schreckt Bock mehr echt. 5. 6. 8. 9. 10. 10.